David Striso ist ein deutscher Schauspieler. Er spielte bislang in über 120 Film- und Fernsehproduktionen mit. Leben, Herkunft und Ausbildung David Striso wurde 1973 auf der Insel Rügen als Sohn eines Elektrikers und einer Säuglings- und Kinderkrankenpflegerin geboren. Die ungewöhnliche Schreibweise seines Namens geht laut Striso auf einen Fehler seiner Eltern zurück. Sie wollten, dass der Name, David, englisch ausgesprochen wird. Er wuchs in Rostock auf. In seiner Jugend spielte er im Landesjugendorchester. Nach seiner Schulausbildung zog er nach Berlin, um eine Lehre als Goldschmied zu beginnen. Der Goldschmiedebetrieb ging pleite, bevor er die Lehre beginnen konnte. Der Mauerfall 1989 änderte seine Lebensplanung, sodass er wieder zur Schule ging, um das Abitur zu machen. Zunächst studierte er Musik. Nach dem Zivildienst bewarb er sich an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, Berlin. Zu seinem Abschlussjahrgang 1999 gehörten unter anderem Lars Eidinger, Uwe Fischer, Maria Simon, Nina Hoss, Marc Waschke und Fritzi Haberland. Theater seit 1999 ist er unter anderem als Theaterschauspieler am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und am Düsseldorfer Schauspielhaus tätig. In Düsseldorf begann die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Jürgen Gosch. Striso spielte in dessen Inszenierungen Käthchen von Heilbronn, Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Verbellen, Hamlet und WLAS in Maxim Gorkis Sommergästen. Für die Rolle des WLAS wurde er 2004 mit dem Alfred-Kerpreis ausgezeichnet und erhielt von der Zeitschrift Theater heute die Auszeichnung bester Nachwuchsschauspieler des Jahres. 2005 spielte er in Goschs Macbeth-Inszenierung, die zur Inszenierung des Jahres gewählt wurde, die Lady Macbeth. Film und Fernsehen Nachdem er 1999 in der Sat. 1 Krankenhausserie für alle Fälle Stefanie in zwei Folgen mitgewirkt hatte, gab Striso sein Filmdebüt in dem am 27. Januar 2000 auf dem Max-Oppes-Festival uraufgeführten Spielfilm Amerika, in dem er den jungen Bergwerksarbeiter Lansky verkörperte. Unter der Regie von Rainer Kaufmann war er im September 2000 im Filmdrama Kalt ist der Abendhauch als Ernst Ludwig Hoffmann erstmals auf der Kinoleinwand zu sehen. 2003 erhielt er eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis für die Darstellung eines erfolglosen Kleinunternehmers in Frankfurt an der oder in Hans-Christian Schmidts Film Lichter. Im Fernsehen war er in der Verwechslungskomödie Der Job seines Lebens und ihrer Fortsetzung Der Job seines Lebens II wieder im Amt als Referent Dellbrück, der dem Ministerpräsidenten Uwe Achimsen zuarbeitet, zu sehen. Ab 2005 gehörte er an der Seite von Hannelore Hooger in der Rolle des Kriminaloberkommissars Jan Martensen zum Serienteam der ZDF-Krimireihe Bella Block, die er von Folge 18 bis 27 durchgehend verkörperte. Nach Bella Blocks Pensionierung war er bis zur letzten Folge 2018 in unregelmäßigen Abständen zu sehen. Auf der Berlinale 2007 war Striso im deutschen Wettbewerbsbeitrag Jeller und im österreichischen Film Die Fälscher zu sehen. Der letztgenannte Film wurde im Februar 2008 mit dem Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. 2007 gewann er den Bundesfilmpreis in der Kategorie Beste männliche Nebenrolle für seine Darstellung des SS-Offiziers Friedrich Herzog im Film Die Fälscher. In Conny Walters Fernsehfilm 12 heißt Ich liebe dich spielte er neben Claudia Michelsen die männliche Hauptrolle des jungen Gefängnisvernehmers Jan. Im ZDF-Kriminalfilm Der Tote in der Mauer war er in einer Doppelrolle zu sehen. Er spielte die Zwillingsbrüder Ralf und Frank Gerlach. In Rainer Kaufmanns Fernsehdrama Blaubeerblau übernahm er als Architekt Friedjov die Rolle eines schüchternen Muttersöhnchens, dessen Leben sich drastisch verändert, als er von seiner Chefin für Vermessungsarbeiten in ein Hospiz geschickt wird. Von Januar 2013 bis Januar 2019 spielte Striso für den saarländischen Rundfunk den Hauptkommissar Jens Stellbrink in der Krimireihe Tatort. Elisabeth Brück spielte seine Kollegin, die Kommissarin Lisa Marx. In Andreas Kleinerts TV-Psychodrama Die Frau von früher, das auf dem gleichnamigen Theaterstück von Roland Schimmerlpfennig basiert, verkörperte er die Rolle des Frank, der seiner Jugendliebe Romy nach 24 Jahren, als er eigentlich gerade in Kanada ein neues Leben beginnen wollte, erstmals wieder begegnet. Im Mai 2014 war Striso an der Seite von Anna-Maria Mühe und Janet Hain im ARD-Fernsehfilm Göttliche Funken zu sehen. Er verkörperte Matthias, der seine große Liebe Diana heiratet und bei der Trauung seine Jugendliebe Lilli, die inzwischen Pfarrerin ist, widersieht. In dem im Oktober 2014 auf den internationalen Hofer-Filmtagen gezeigten Spielfilm Wir sind jung. Wir sind stark, spielte er den sozialdemokratischen Lokalpolitiker Martin. 2015 war Striso in der Rolle des Hape Kerkeling im Kinofilm Ich bin dann mal weg nach dem gleichnamigen Reisebericht Kerkelings zu sehen. In Florian Schwarz – Filmdrama Das weiße Kaninchen über das Thema Cyber-Grooming stellte er den Lehrer und Familienvater Simon Keller dar, der pädophile Neigungen hat und als Benni – kleine Mädchen im Internet anschreibt. Im Fernsehfilm Katharina Luther übernahm er die Rolle des Mönchs und Reformators Martin Luther. Seit 2018 spielt er an der Seite von Golo Euler in der ZDF-Samstags-Krimi-Reihe Schwarz und Schwarz den Privatdetektiv Andreas, Andi, Schwarz, der gemeinsam mit seinem Bruder Matthias, Metz, Schwarz, einem Kriminalbeamten, Mordfälle aufklärt. Striso ist auch als Sprecher für Hörbücher tätig. Seit 2020 sind er als Sprecher und Stefan Weinzierl als Schlagzeuger in Günter Grass, Blechtrommel als Lesung mit Schlagwerkmusik zu hören. Die Konzertlesung wurde im Juni 2021 als Hörbuch im Buchfunk Verlag Leipzig veröffentlicht. Privates David Striso war in den 1990er Jahren mit der Schauspielerin Maria Simon liiert. Aus dieser Beziehung entstammt ein gemeinsamer Sohn, Ludwig Simon, der mittlerweile ebenfalls als Schauspieler tätig ist. Drei weitere Kinder stammen aus der Ehe mit Frenzin aus Kamerun. 2015 trennte sich das Paar. 2016 wurde bekannt, dass Striso und seine Managerin Ines Gansberger ein Paar sind. Im Dezember 2018 heiratete das Paar. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn und leben in Berlin. Auszeichnungen 2001 – Sonderpreis für darstellende Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf 2003 – Preis der deutschen Filmkritik als bester Darsteller für Lichter und Bungalow 2003 – Nominierung für den deutschen Filmpreis in der Kategorie bester Nebendarsteller für Lichter 2004 – Nachwuchsschauspieler des Jahres der Theaterzeitschrift Theater heute 2004 – Alfredka-Darstellerpreis beim 41. Theatertreffen Berlin 2007 – Deutscher Filmpreis in der Kategorie beste darstellerische Leistung – männliche Nebenrolle für die Fälscher 2008 – Preis für Schauspielkunst beim Festival des deutschen Films gemeinsam mit Nina Hoss 2010 – Nominierung für den deutschen Filmpreis in der Kategorie beste darstellerische Leistung – männliche Hauptrolle für so glücklich war ich noch nie 2010 – Preis der deutschen Filmkritik als bester Darsteller für drei 2011 – hessischer Fernsehpreis – Sonderpreis der Jury zusammen mit Andreas Schmidt und Jördis Triebel für ihre Ensemble-Leistung in ein guter Sommer 2018 – 2012 – Grimme-Preis für ein guter Sommer 2012 – Preis für die beste darstellerische Leistung beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern für Transpapa 2014 – Günther Rohrbach Filmpreis Darstellerpreis für Zeit der Kannibalen gemeinsam mit Katharina Schüttler und Sebastian Blomberg 2015 – Deutscher Schauspielerpreis 2015 als bester Schauspieler in der Kategorie Hauptrolle für Wir sind jung – Wir sind stark 2016 – Bambi in der Kategorie Schauspieler National 2017 – Bayerischer Fernsehpreis – bester Schauspieler in den Kategorien Fernsehfilme Serien und Reihen für seine Rollen in das Weiße Kaninchen und Katharina Luther 2017 – Robert Geisendörfer Preis Robert Geisendörfer der Kategorie Schauspieler Stand bungewechsel ab, darf man versuchen nun an Sie noch zwei cravingien ab, wird der Kategorie wished Menschen befinden, ist aber wichtig – Robert Geisendörfer gemaakt hat wir bei der Kategorie Schauspieler in der Kategorie Hand K divide – mit der größeren Schrar fellows Flower-Schrauser – bester Kategorie – erstensiv dieadi–